Yo Leute, was geht? Grüß Sie, da Lella. Ich bin Schaf, fahre ich mit einem kleinen Video. Lukas, eine Entschuldigung. Ja, eine Entschuldigung von mir. Ja, ich weiß, bin komisch. So, ähm, ich hier noch in den Videos, wartet ganz kurz. Bei so ein paar Videos, wo ich geredet habe, ähm, habe ich ja eine Person, Streber, genannt. Und die Person empfindet es als Beleidigung. Ist okay, verstehe ich. Nicht, aber egal. So. Dann, ähm, das beleidigt ein bisschen, so ziehe ich manchmal, aber noch mal. Und ich wollte mich auch noch entschuldigen dafür. Ich nenne dich nicht mehr Streber. Das bist du nicht. Nur viele nenne dich. So habe ich mir das im Kopf eingeprägt. Und habe es einfach auch gesagt, weil ich mir das im Kopf eingeprägt habe. Aber dann nenne ich dich nicht mehr so. Ist okay, ist okay. Tut mir leid. Sorry. Und ein paar warst du in meiner Klasse, während ich das erzähle, warum haben wir die meine Videos gucken. Und ja, mit würde ich sagen, Peace out, eure Leber am Start. Mal nur ein ganz kleines Video diesmal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.